die laufen jetzt auch wieder ein bisschen davon ich bin hier gerade ein bisschen am bind mit der edelzicke mit der blue nurse ist die dabei glaube ich ein paar anderen schon wieder ein bisschen weg ist momentan nicht so viel los aber ich kann hier gut zeigen weil wir jetzt ein bisschen hier dominieren sozusagen was denn so dunkelblond genau ist hier blue nurse ist nicht mehr hier ich glaube die spielt jetzt gerade auch nicht mehr aber es war noch jemand dabei wir waren aber so ein bisschen gechillt hier am herumlaufen und gegner kennen wir haben ein paar gegner gekült und ja es macht spaß wenn wir einfach nicht so viele sind jetzt zeige ich einfach in diesem kleinen kurzpart was los geht wenn wir nicht so viele sind wir auch ein bisschen dominieren können weil wir ja immer streng in der unterzahl sind den ganzen tag nicht verteilt wir wollen ja auch die edelsteine wieder zurückholen wir sind bei den zwei anderen reichen ja ich hätte früher kommen können schon gut ich weiß dass ich hier bestanden werde ich möchte trotzdem etwas machen ich weiß dass ich hier bestanden werde ich möchte trotzdem etwas machen ich weiß nicht genau das mit dem schweigen bringen wenn ich ihn zum schweigen bringen ist dann ein bisschen gut ja habe ich noch einen stunn irgendwo so immer schön anrühren und dann runnen geg Nein, das hat mir jetzt viel zu viel Schaden gemacht. Ja, das sind halt immer so weite Spiele, die sehr weit sind. Ja, hätte gedacht, ich hätte es nur aushalten, aber hätte nach dem Schluss er selber noch mehr ausgehalten. Ja, egal. Es sind halt zwei, ja, Augenschützen noch dabei, die jetzt nicht so viel machen. Weil eben, ich muss jetzt auch noch den Ding suchen, den zweiten Stunt, den muss ich eigentlich irgendwie nach vorne bringen. Ja, zum Beispiel das Heilen, das kann ich eigentlich weiter hinten einstellen. Hm, es ist halt einfach so, die Entwicklung ist natürlich stehen geblieben. Many, okay. Jo, gehen wir many. Hm, weil wir jetzt nicht gut nach Erb können. Also, es sind halt immer sehr viele Syrten unterwegs. Und ich alleine habe jetzt einfach noch nicht so die Chancen gegen, ja, gute Leute. Ich bin ja einer, der kann recht taktisch kämpfen und, ja, wenn ich jetzt nicht gerade gedauerstunt werde, oder gemutet sozusagen, gesilenced werde, dann, jo, kann ich eigentlich Gegner schon kennen. Bin aber noch schwach. Aber wenn ich dann irgendwo so reinkomme mit Jäger, also Jäger gehen eigentlich, aber wenn ich so reinkomme zum Beispiel, Schützen sind das Problem. Die können auch von weitem mich vom Pferd werfen und mich auch ein bisschen slowen und stunnen. Dann, ja, finde ich es einfach nicht so toll. Ich bin ja eher der Partyplayer. Ich bin wirklich derjenige, der mit anderen eigentlich mitgehen will und sie auch motivieren will und alles mögliche. Und in letzter Zeit geht das einfach nicht sehr viel. Trotzdem 100% EXP und WMC Event, was ich übrigens nicht in einem News Video gemacht habe, weil es einfach danach kam. Komischerweise. Erst einen Tag später als der Patch. Jo. Zwei Videos mache ich natürlich nicht wegen einem kleinen Event, was nur 100% ist. Also 100% mehr ist. Ja. Ist ein bisschen doof. Und wie haben sich die wieder abgespuckt? Nein, doch. Einige. Hätten dort Unterstützung gebraucht. Na gut. Sind halt jetzt momentan auch wirklich sehr gute Söden online, die wirklich stark waren. Ja, die sind nicht mehr. Hm. Keiner mehr. Wir machen das mal. Kamera macht nicht so Probleme. Ehm. 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 Schauen wir mal, jo, ist schon wieder weg, hm, ja, ist schon wieder weg, hm, ja, ist schon wieder weg, hm, ich glaube wir schaffen das nicht, wenn du so angreifst, bist du noch ein bisschen low-levelig, hm, so weiter gehe ich jetzt nicht, sie will halt jetzt ein bisschen levelen, man kämpft doch gegen Panther, hm, hm, genau, die Egan Panther müssen auch ein bisschen besiegt werden, sehr gut machst du das, hm, hm, ja, es ist ein bisschen zu wenig los, ich denke ich tue jetzt wieder das Video wenden, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen, jo, euer Drago Basler, ich denke es geht bald, wir sehen weiter, tschüss, also mit den Updates und mit den Spielen geht es wieder weg, tschüss.